Wir wollen uns heute den besten Messenger in Bezug auf IT-Sicherheit und Datenschutz raussuchen. Letzte Woche habe ich hier auf dem Kanal vorgestellt, was für Probleme Telegram eigentlich hat und viele haben mich gebeten, eine Alternative vorzustellen. Ursprünglich wollte ich nur einen weiteren Messenger vorstellen, aber naja, sagen wir mal so, warum nicht gleich alle vergleichen miteinander? Ich glaube, das ist das, was hier sinnvoller ist. Übrigens, andere dachten, dass ich hier meine Meinung vorstelle. Dass das nicht so ist, das findet ihr unten in der Beschreibung, da sind nämlich die ganzen Quellen immer verlinkt. Andere Leute meinten auch, dass Telegram der einzige Messenger ist, der mehr Plattformen, also Windows, Linux und Handy, sowohl Android als auch iOS, hinbekommt. Und das ist auch nicht ganz richtig. Es gibt sehr viele verschiedene Clients, die alle Plattformen unterstützen, trotzdem eine gute Verschlüsselung haben und trotzdem auch Gruppenchats haben, die komplett verschlüsselt sind. Das wollen wir uns, wie gesagt, heute angucken. Bei meiner Recherche bin ich auf ein Dokument, eine Tabelle gestoßen, die von Wikipedia gepflegt wird und die alle Messenger miteinander vergleicht. Natürlich nur sehr oberflächlich, da muss man sehr viel tiefer ins Detail gucken. Aber diese oberflächlichen Fakten sind tatsächlich so korrekt gewesen. Ich habe die relevanten natürlich alle für euch gefaktcheckt. Ihr könnt das aber gerne auch nochmal selber tun, wenn ihr mir und Wikipedia nicht vertraut. Da sind übrigens auch die ganzen Quellen in Wikipedia abgedruckt. So, das Coole dabei ist natürlich, dass jetzt hier Wikipedia uns alle Informationen liefert, die wir vielleicht erstmal so brauchen, um uns zumindest einige Messenger weniger angucken zu müssen im Detail und vielleicht weniger genau im Detail nachforschen zu müssen, ob ein Messenger gut ist oder nicht. Und wir filtern jetzt hier einfach mal diese Tabelle so, dass nur die Messenger übrig bleiben, die alle unsere Anforderungen erfüllen. Anforderung Nummer 1 ist natürlich Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bedeutet, dass niemand auf dem Transportweg eure Nachrichten lesen kann. Ich meine, ich möchte nicht, dass meine Nachrichten, die ich zum Beispiel meiner Freundin schreibe, von jedem mitgelesen werden können, der zum Beispiel in meinem Netzwerk ist, also in öffentlichen Netzwerken. Das ist eher unschön. Und deswegen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist tatsächlich hier ein Punkt, den ich als Must-Have definiere. Ein weiterer wichtiger Punkt bei Security ist Security by Design. Security by Design bedeutet, man designt etwas so, dass selbst der dümmste Benutzer, den es überhaupt nur gibt, also meine Oma, ja, meine Oma muss den Messenger nur so benutzen können, dass er auch wirklich sicher ist. Das heißt, meine Oma möchte nicht irgendwie in den Security-Einstellungen hier Verschlüsselung auf anstellen und dann vielleicht noch irgendwelche Keys austauschen und sonstiges Zeugs machen. Meine Oma will einfach den Messenger aufmachen und tippen. Und ja, meine Oma benutzt den Messenger. Also, was das bedeutet ist im Endeffekt, es fliegen einige raus hier schon. Und zwar Discord als allererstes natürlich, weil Discord ist erstmal nicht verschlüsselt. ICQ fliegt raus, Snapchat fliegt raus, Facebook, Jitsi, Skype, Telegram, weil es optional ist und Pigeon fliegt auch raus. Pigeon ist sowieso eigentlich eher für die Profis gedacht. Das sind schon mal sehr, sehr viele, die hier direkt am Anfang rausfliegen. Und naja, es ist halt nun mal eine Anforderung, die ich habe für einen guten Messenger. Die zweite Anforderung, die wir haben, ist natürlich der Gruppenchat. Ich möchte mit mehreren Leuten in einer Gruppe reden können und ich möchte das verschlüsselt tun. Dementsprechend fliegen hier auch direkt Adamant, Yami und Shorespot raus. Keine Ahnung, ob man die richtig ausspricht oder ob man die so ausspricht. Ich habe leider nicht wirklich Ahnung, was das für Messenger sind, aber sie fliegen hier definitiv raus. Anforderung Nummer 3 ist logischerweise, dass es auf Handys läuft, weil da muss ein Messenger nun mal hin. Das heißt, es fliegt Psi raus und es fliegt RetroShare raus. Denn Psi läuft nicht auf Android und RetroShare läuft nicht auf iOS. Das heißt, die beiden brauche ich eigentlich nicht mal zu erwähnen. Das nächste und vierte Punkt im Endeffekt ist, wir müssen uns bei vielen Messenger registrieren. Registrierung ist aber so ein Ding, denn eine Telefonnummer ist in Deutschland seit einiger Zeit per Gesetz perfekt zurückverfolgbar. Das bedeutet, wenn meine Telefonnummer auf dem Server von einem Messenger gespeichert wird und nehmt einfach mal an, der Server wird gehackt, ja, dann sind diese Nachrichten und die Metadaten, die anfallen, perfekt zurückverfolgbar auf mich. Natürlich gibt es Mittel und Wege für illegale Strukturen, sich eine SIM-Karte zu beschaffen, die nicht auf ihren Namen ausgelegt ist. Und natürlich kann man das machen, aber meine Oma kann es nicht und für die suche ich hier gerade einen Messenger quasi raus, okay? Das bedeutet, es fliegen schon mal wieder einige raus, weil ich nicht möchte, dass meine Handynummer als Registrierungspflicht gilt. Damit fällt eigentlich auch schon auf jeden Fall Signal raus, weil da muss man die Telefonnummer angeben und WhatsApp fliegt auch raus. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, damit man auch wirklich die Security überprüfen kann, dass man nachvollziehen kann, was genau eigentlich für Software da läuft. Sprich, man möchte am liebsten eigentlich Einblick in den Source-Code haben. Das ist wie bei Windows und Linux, man nimmt lieber Linux als sicheres Betriebssystem, weil Linux eben von einer gigantischen Community überprüft werden kann. Und ja, natürlich, bei Messengern kriegt man das nicht so gut hin und Angreifer könnten das auch benutzen. Aber in den meisten Fällen hat sich gezeigt, wenn es alle kontrollieren können, dann ist das meistens ein ganz gutes Zeichen, weil die Security-Community ist gar nicht mal so klein, wie man das vielleicht denkt. Dementsprechend fliegen zunächst einmal Threema, Silent Phone und Wicca raus, weil deren Clients nicht Open Source sind. Das heißt, das, was ihr auf euer Handy drauf macht, ist nicht Open Source. Man kann den Quellcode nicht lesen. Ganz einfach, weil Threema natürlich irgendwie Geld verdienen muss. Ich verstehe das auch, dass das nicht Open Source ist, weil sie wollen das Ding verkaufen. Wenn es Open Source ist, kann man es gratis bekommen. Das schließt sich so ein bisschen raus. Auf der anderen Seite fliegt aber auch Keybase hier raus, weil Keybase hat keinen Open Source Server. Das heißt, der Serverseitige Code fliegt hier auch nicht offen im Netz rum. Und damit, meine Damen und Herren, haben wir die beiden Finalisten, Element und Wire. Die möchte ich jetzt ein bisschen genauer durchleuchten. Bei denen sieht es zumindest soweit stimmig aus, aber man muss noch vielleicht ein bisschen mehr im Hintergrund durchleuchten, ob die auch wirklich was taugen oder eher nicht. Wire ist ein sehr sicherer Messenger, den ich auch privat schon seit Längerem benutze. Ich würde ihn hier eigentlich sogar als Fort Knox bezeichnen, aber das heißt leider nicht, dass er die silberne Kugel ist, sozusagen. Und zwar, Wire wurde 2019 leider von einem amerikanischen Unternehmen übernommen. Der sogenannten Wire Holdings GmbH. Ihr seht, die ist wirklich nur für Wire da. Diese hat eine Tochterfirma in der Schweiz, die Wire Swiss GmbH. Und naja, Wire sagt selbst in einem Pressestatement, dass das alles nur zu Steuerzwecken sei. Die Daten bleiben auf den Schweizer Servern, das heißt, da passiert nichts anderes, aber das ist natürlich immer so ein bisschen fraglich, ob das jetzt wirklich so stimmt. Außerdem behandeln sie ihre GitHub-Issues, also da, wo man quasi sagen kann, hey, ihr habt da einen Bug, macht mal weg. Diese Issues werden nicht mehr wirklich behandelt, das heißt, sie gehen nicht mehr richtig auf die Community ein. Und zwar gehören da auch so teilweise sehr serious Bugs darunter, wie zum Beispiel das aus Versehen Exposen, also Veröffentlichen von IP-Adressen, was unter sehr seltenen, aber manchen Umständen eben passieren kann. Ebenso wie das Einbinden von Giphy, was von Facebook übernommen wurde. Also man kann quasi GIFs verschicken, aber diese GIFs liegen auf Facebook-Servern. Und Facebook könnte rausfinden, wer diese GIF wann schickt. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt geil, aber das heißt noch nicht wirklich was. Das Protokoll basiert auf geprüften Libraries, das heißt, wir benutzen hier nicht irgendwelche Sachen, die selbst implementiert wurden, sondern wirklich eine Library, die von vielen Firmen verwendet wird, die auch von vielen Firmen geprüft wird und überprüft wird, ob die auch wirklich sicher ist. Und ja, das Protokoll selbst, das Proteus-Protokoll, was die Verschlüsselung regelt, basiert auf dem Axolotl-Protokoll von Signal. Und das ist eigentlich ein sehr gut geprüftes Protokoll. Außerdem ist Wire so ziemlich die einzige Messenger-App, die von deutschen Sicherheitsbehörden für Schulen akzeptiert wurde als Messenger. Wer es nicht mitbekommen hat, Schulen dürfen eigentlich kein WhatsApp mehr benutzen in dem Sinne, sondern sie müssen auf etwas gehen, was datenschutzrechtlich in Ordnung ist. Und da ist WhatsApp natürlich immer so ein bisschen schwierig. Wire hingegen ist erlaubt. Man kann Wire auch auf dem PC benutzen und hier ein kleiner Fun-Tag, den ich selbst ausprobiert habe, beziehungsweise den ich schon selbst ein paar Mal, naja, unfreiwilligerweise bekommen habe. Und zwar, wenn man Wire auf dem PC nutzen möchte, dann muss man sich natürlich anmelden, ist logisch. Aber nachdem man sich angemeldet hat, erscheinen exakt gar keine Nachrichten. Alle alten Nachrichten von eurem Mobiltelefon sind weg, wenn ihr gerade Wire auf dem PC frisch installiert habt. Wenn ihr allerdings dann anfangt zu schreiben, ist völlig egal, ob ihr von eurem Telefon oder von eurem PC schreibt. Die Nachrichten erscheinen einfach auf beiden Geräten. Und wenn ihr euch abmeldet beim PC, die Nachrichten sind trotzdem später da, wenn ihr vom Handy was geschrieben habt. Das heißt, es wird eigentlich synchronisiert, aber da die Nachrichten davor verschlüsselt waren und der PC nicht als Teilnehmer gezählt hat, konnten die vom PC nicht entschlüsselt werden. Und das ist genau das, was ich meine, was Telegram macht, was aber eigentlich mit verschlüsselten Nachrichten nicht möglich sein dürfte. Wire macht das hier richtig. Außerdem gibt es natürlich viele Funktionen, die man einfach als User braucht. Sowas wie Calls, Voice Messages. Es gibt sogar so ein Zeichending, was man benutzen kann. Habe ich noch nie wirklich benutzt, außer zum Spaß. Man braucht es auch nicht wirklich. Aber ich bin eigentlich der Meinung, dass Wire ein sehr sicherer Messenger ist und definitiv ganz gut funktioniert. Element ist vermutlich aber sogar noch faszinierender. Im Hintergrund von Element läuft ein Matrix-Protokoll. Das Matrix-Protokoll ist schon relativ bekannt in der Szene. Und gilt als sehr sicher. Ist auch komplett Open Source. Man kann das alles angucken. Und ja, man kann sich da wirklich sehr tief reinfuchsen und man hat noch nichts gefunden, wo es irgendwie unsicher sein könnte. Es basiert auf einem sehr, sehr alten Protokoll, dem IRC-Protokoll, was vielleicht einige kennen. Ich glaube schon. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare unten rein. Und der größte Pluspunkt hierbei ist, wie auch bei IRC, man kann sich seine Server selbst aufsetzen, auf denen die Nachrichten liegen. Das bedeutet, ich kann mir aussuchen, möchte ich meinen Server vielleicht selbst zu Hause hosten und dort alle Nachrichten bei mir lokal speichern oder möchte ich vielleicht mir einen Server kaufen oder möchte ich einen Gratis-Server benutzen, der von irgendjemand anders angeboten wird. Das erschafft natürlich das größtmögliche Vertrauen, das man überhaupt noch haben kann. Denn ich kann exakt sicher sein, dass auf dem Server genau der Code läuft, den ich auch wirklich da installiert habe. Sprich Open Source. Nicht nur Open Source, sondern auch self-hosted. Bei Wire weiß ich nicht, ob vielleicht im Nachhinein noch irgendwas an dem Code verändert wurde. Das ist eigentlich sehr unwahrscheinlich, könnte aber im Extremfall natürlich passieren. Allerdings muss man natürlich vorsichtig sein, wenn man solche Sachen selbst hostet, dann ist man auch in einer gewissen Art und Weise rechtlich dafür verantwortlich. Das heißt, wenn jetzt irgendwelche Darknet-Händler über euren Server kommunizieren, dann ist das eher schlecht für euch. Deswegen seid da bitte vorsichtig. Ich bin da kein Experte drin und kann euch vielleicht nicht unbedingt perfekt sagen, was da die richtige Lösung ist. Von den Funktionen, es gibt sogenannte Public und Private Rooms, also Räume, wo man sich quasi austauschen kann, die aber auch privat sind natürlich oder public sind. Es gibt Lesebestätigungen, es gibt Audioanrufe, es gibt Videoanrufe und man kann sogar, und das ist jetzt das absolut faszinierendste überhaupt, wenn man etwas Know-how hat, dann kann man den Server so aufsetzen bei sich zu Hause, dass man mit Slack, SMS, Signal, Telegram, Facebook, Google Hangouts, Skype, Discord und iMessage miteinander kommunizieren kann. Und das ist für mich das Nonplusultra, ein Messenger, der sicher ist, aber der trotzdem mit den anderen Diensten, also mit anderen Leuten auch kommunizieren kann. Vielleicht ist euch aufgefallen, WhatsApp ist da allerdings nicht dabei. Kommen wir zu Security by Design und auch das wird hier wieder sehr groß geschrieben. Die Security-Einstellungen sind per Default quasi alle auf an, ja, auf ganz hoch und es geht auch eigentlich in den meisten Fällen nicht aus. Das heißt, wenn man das Ding installiert hat, dann hat man die Garantie, dass eigentlich nur alles sicher möglich ist. Man kann nicht aus Versehen was ausstellen. Meiner Meinung nach sind hier also alle Sicherheitsanforderungen und Datenschutzanforderungen soweit erfüllt. Es fehlt allerdings meiner Meinung nach auch ein bisschen noch an Audits, also an Security-Audits von Leuten, die da einfach mal reingucken und das ganze Ding ein bisschen prüfen. Ich konnte nämlich keins finden, das neuer ist als von 2016. Und ja, Finanzierung von Element ist komplett via Spenden beziehungsweise da die Server self-hosted sind, muss man auch nicht ganz so viel Geld einnehmen, weil die Server stehen ja nicht irgendwie bei denen im Serverzentrum rum und die müssen nicht dafür bezahlen, sondern die User bezahlen quasi selbst dafür, weil sie die Server selbst hosten. Da dieser Messenger hier allerdings nur bedingt benutzerfreundlich ist, weil wie gesagt, man muss ein bisschen was self-hosten eventuell und man muss eventuell schon ein bisschen Ahnung haben von allem, gibt es hier nur eine, ja, ziemlich geil Empfehlung für die Leute, die zumindest technisch nicht ganz avers sind und für meine Oma wäre es wahrscheinlich nichts. Aber von meiner Seite bleibt hier definitiv noch die Idee für ein paar Videos auf dem Hauptkanal, wie man so ein Ding einrichtet und ja, schaut da gerne auch mal vorbei. Am Ende ist jeder Messenger allerdings nichts ohne seine Community. Daher, ihr seid selbst groß und ihr entscheidet selber, was euch genau wichtig ist, welche Funktionen euch wichtig sind und wenn wahrscheinlich der beste Freund bei WhatsApp ist und sonst nichts, dann werdet ihr vermutlich ähnlich umsteigen. Von dem her, ich kann dir nur meine Empfehlung aussprechen, was ihr macht, bleibt eure Sache. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.